Die hier zur Miete angebotene ca. 840 Quadratmeter große Bürofläche befindet sich in Dortmund. Das Objekt ist ab dem 1. Januar 2018 verfügbar. Das Haus wurde 2005 erbaut. Das Büro verfügt über einen Personenaufzug. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 9,90 Euro pro Quadratmeter. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020